äh, kann ich aus der Gildenbank einen nehmen? ist egal du nicht näher du hast gerade keine Waffe an du hast keine Waffe an, Mauds ja, ich hab's ja kommt zurück Marco, kommt zurück Hello Barter mit Curse wir sind jetzt hier schon gekommen und lasst sie kommen, lasst sie kommen den Choke ne ne, wir kommen auch gleich auf den Choke und wenn der Curse gleich ne die Mele ist, komm, komm, Carving, Carving, Carving Carving, 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 Carving bin dick aufm Carving drauf dicker Pierce schönes Ding genau, enorm können wir durchchacen, enorm ich hab heute nix mehr um ranzukommen ich krieg noch einen Slothen ich hab noch einen Stunmon aufm Curse genau, im Curse truf jetzt hab ich wieder Sprint haben dicker Pierce aufm Curse die kommen gleich einfach turn, eine Jungs turn turn ja, ich glaub halt das ist Saves-Mod gegen die ich nimm Maud unten noch die Leiche looten, schnell ich brauch Info, ob die kommen oder nicht ne, die kommen bald kommst noch ran Schwede Mauds, du kannst jetzt glaub ich aus der Gadenbank nen Mauder gleich nehmen, aber mach gleich erst die haben ziemlich viel rausgehundelt zur Schwede die haben ziemlich viel rausgehundelt zur Schwede kann aber unser Dach wie können wir gehen alles kurz chillen, die haben Probleme hochzukommen mit der Combo ja, wir kriegen ziemlich viel dort Curse gleich in 2 in 1 Curse, 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 Curse ich hab hier jetzt aufm Curse und dann komm auf der Kaktur die von mir liegt hier Achtung, wegen Curs hat noch ja, komm zurück, komm zurück ganz viele Dots ja, viele, viele Dots ich hab ne Resi-Potion drin ich komm jetzt zurückgelaufen ich versuch den Spunk zu blocken geblockt Carving ist stunned Carving ist stunned Carving pot von mir ich leg auf Carving leg ab jetzt sieht, sieht auf Renni ja weiter zurück ich bin kurz gesandt können wir noch Combo auf Curse jetzt machen? 2 1 Curse, 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 Curse Marco, ich hab nichts mehr für dich jetzt aus das sieht jetzt ich versuche irgendwie raus zu kommen ja, dann geht jetzt ganz raus dann geht ganz raus dann geht ganz raus dann geht ganz raus zusammen ich hau den Curse hier in oben der Curse ist einhit ich hab jetzt Sprint Jodie liegt scheiße, los laufen ja, die kommen alle zu dir die kommen alle zu dir ja, ich bin glaube ich raus ich bin raus ich bin raus ich bin raus alles gut ich bin gespannt ich hab aber nur wen ich hab hier alles geheilt werden ja, ja schädige ich hab den Curse so knapp getötet scheiße ich brauch wieder Hotz kommt hoch, kommt hoch bevor die den Choke dich machen ok, ich regue wir drücken wir drücken Curse kassiert Stunrun hat seinen Chest raus und, ok, Curse gleich ins ne, hat gesprintet mach die Frontline wenn die Stacken kommen und wir auf die Frontline jetzt, 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 jetzt tank einfach, tank einfach, tank einfach, Big Pierce um, tank schönes Ding schönes Ding jetzt Mark ist gepurcht hat noch vier Spots von mir gesprintet er muss doch sterben ich kann unten snipe den kriegen wir auch noch, den kriegen wir auch noch den kriegen wir auch noch den kriegen wir auch noch ich hab gleich wieder Big Pierce jetzt Big Pierce so nice easy und außen Tent mit 80% oh, warte, die kann man looten ich hab nur noch gelootet, ja ich versuch mit dir zu capen das ist ein guter Versuch Maus zum, zum, zum Glück suckt das Tent, äh, Tent bei denen unskilled Player Report lass dich mal anorten das ist bei denen super wichtig dann hab ich mehr Plazenten raus die haben jetzt langsam Angst der wird stunwort der Tank wir machen den Tank gleich wenn der hier so lange stickt ok, dem Willis mit ihm drinnen aufpassen nicht so viele Dots von der Halbe fressen die beiden ok, Tanks Hotline in 2 in 1 ich hab, oder, war im Silent 2 im Schwerd, Schwerd, Schwerd Schwerd, Schwerd, Schwerd Schwerd, Schwerd Schwerd, Schwerd, Schwerd Schwerd, Schwerd, Schwerd Schwerd, Schwerd, Schwerd 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 er hat noch 4 Rope aufpassen ja, enorm, enorm, enorm Jo, hat ein Pot von mir gefressen Reset die Dots Reset die Dots Schwerd jetzt gab es auch enorm Luxi, Luxi Luxi Achtung ich hab keinen Interrupt ich gehe, ich gehe, ich gehe knacken, ich gehe knacken jetzt, ich gehe knacken jetzt, ich gehe knacken jetzt, ich gehe knacken oh, der hat auch eine Energie dabei gehabt also, siehste siehste, kriegt doch alles wieder hier jetzt kannst du auch overcharge, ne? herrlich, jetzt hast du schon ah, ich habe zu spät reagiert curse gleich, curse in 2 und 1 curse, 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 curse den liegt auf'n curse ruf, dick appears um curse schönes Ding ich turn auf Mark Helbert perched Helbert stun one Jep, mit Helbert 어떻게 hin rennt yeah der Volid okay lass Helbert finison pick 원 fur der versuch wir Das ist eine Idee? Ja, oder? Sag mal, wenn irgendwo ein Omelette drin liegt, ne? Wer packt? Was ist ganz dabei? Warum wollen die mich so hart, irgendwie? Ich glaube, das wirkt so, Marco, weil du immer gepurchtest, wenn du die Soldier anmachst, dann hast du keine Hots mehr und die Dots ticken ja trotzdem. Der Tank hat mich gejumpt und Silence fällt und alle wollten auf mich draussen. Was hat der MVP? Einfach die Soldier anmachst, der Mann. Vers rechts, 2, 1, jetzt. Der Gapiers auf Körz. Dann auf Nila runter. So, die liegt unten. Dann auf Nila. Nila Perch. Jo. Bleib auf dem drauf. Stunmann kommt gleich nochmal. Gleich wieder Piers auf Nila. Nein, ich hab's nicht gelaufen. Weg, 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 weg. Schade. Mal, ich geh'n Cap holen. Ich renn kurz zum Tent, hol mir Buffer und Fotz. Ich glaub, die wollen nicht mehr. Sind jetzt nur noch am Tent. Wir haben die jetzt noch oft genug überfahren eigentlich. Ne, sie kommen nochmal. Ich komm mal. Die sind heiß. Mit 13. Wir kommen unten. Wir kommen unten. Ja, aber der Joke hier ist viel böser als der andere. Haha, das war'n Joke. Alles gut. Wir gehen nach oben. Wir gehen nach oben. Ich hab's nicht wieder erwarten. Ich hab's nicht mehr auf dem Weg. Wir gehen nach oben. Und dann. Ich geh' immer mehr auf dem Weg. Ich hab's nicht mehr auf dem Weg. Wenn die Millis wieder stacken gleich, dann die Mietes Combo Das Schwert hat ne Potion gesluckt, what the fuck 1, 2, die stacken nicht Helbert wird Stunwand, okay die Millis jetzt Ich bin auf der Helbert drauf, Helbert liegt hier Hat leider nicht so gut gewirkt, aufpassen, der Curser ist drinnen, Curser keine Raube mehr Ich bin weiter auf die Helbert drauf Ich bin auf den First Okay, ich komm auf den Curser, 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 Curser Curser, 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 Curser Aufpassen, nicht zu viele Tots On the back, Maca, pass auf, du bist alleine Ich bin, der ganze Shit Ich hab jetzt wieder Combo ab Curser Pro 1, jetzt nach dem Silence direkt Der Curser ist auf dem Curser Der Curser ist gestunnt Stunhelm ist drinnen, nächster Breeze, Schwedersack Sword ist mega low Oh, Perry, Ross Okay, Judy liegt Wir können hier, glaub ich, pushen Können wir die Norm nehmen Let's go Enorm, enorm, enorm Gleich clever Dig up Pierce auf die Norm Stunwand Schönes Ding Und, nächster Curser Ja Curser Silenced Nein Ah, Marco Du fucking Flapp Da kamen wieder die 4 und Rob durch, ne? Ja, ja Hast du den Loot auf dir gehabt, ne? Nein Ich hab mein Inventar voll, alles gut, ich bin overloaded Marco hat tatsächlich keinen Loot gehabt, wie ich sehe Aber Lux, ihr habt ihn gestunnt, schon vor Na, egal Ah, die kommen Die kommt, ich cap' noch, ne? Ja, 20 Sekunden Ich komm gleich hochgelaufen zu euch, ich bin feinig zu fahren Healer Tonnen, Healer Wartet jetzt, okay, der hat gesprintelt, Achtung Ich bin leider overloaded, gerade Und rechts kiten, und rechts kiten Alles sei last Wie lange hält der schön Wir gewinnen in 5 Sekunden, chillt einfach Chillt einfach eure Bolz, 5 Sekunden Judy liegt, Judy liegt, Judy liegt War schon Ich hab kein Ding, ich bin jetzt heiß So, ist gone, ist gone, wir sind gone Gut, nice Huch, das hätte... Er hätte was sparen können Hehehe Aber sonst warst du ein schöner Fein Hehehe Junge gegen Do...